So, herzlich willkommen zu Kaiser-Kommando bei Pokémon Sammelkartenspiel. Jetzt spielen wir da eine weitere Runde. Mit der schönen Kendal. Ach, die spielt mit Blitz, oder? Mit Elektrik. Das andere weiß ich nicht, was Halbmond ist. Ach, wir haben keine Pokémon. Was können wir jetzt machen? Ziehe drei Karten. Nein. Okay. Ach, was ist denn der da? So eine Art wie Pikachu, ha? Wir werfen Münze. Okay. Und? Boah, der ist heftig wahrscheinlich. Der hat ziemlich, der hat gute Karten jetzt. Auf jeden Fall. Müssen wir schauen, ob wir da irgendwas schaffen. Mischen. Boah, mit Blitz gegen Wasser ist halt immer so eine Sache. Der wird mich besiegen. Nein, was mach' ich denn? Ich wollt' doch unten. Nummer 20. Sind's schon 40. Zielkarten. So, aber jetzt der Aqua. Nicht gut. 60. Was hab' ich denn? 70. Ich bin gleich tot. Wahrscheinlich. Der nimmt mir die Karten. Ich tu' den auch mal da rein. Münze. Nimm mal den. Nehm' ich den mal mit. Okay, dann kann ich den da leveln. Da und unten. Aqua. Hm. Schwierig, weil der hat schwarze Karten. Die sind sicher heftig. Naja, nicht aus meiner Hand mächtig gar nix. Machen wir mal so, mit meinem Deck durchsuchen. Kommen wir den da noch mitnehmen? Den nehm' ich auch noch mit. Der kehrt da drauf. Den da mal auch da drauf. Nochmal Aqua. Und ist er down. Jawoll, ich hab' den sogar down gemacht. Mit der Karte. Super. Okay. Der wird fast fertig. Theoretisch. Sag' ich doch. Das sind heftige Karten, was er dann da hat. Blupper-Strahl. Drei gegen drei ist halt immer so eine Sache. Ich glaub' das wird sehr schlecht. Mal schauen. Wenn du jetzt nur Booster hättest, dann wär' das super. Oh, 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 oh. Mit EB-Teiler. Schaut's halt sehr schlecht aus. Hm. Ach, ach, ich hab' den da noch einen drauf. Den da drauf. Ah, Booster her. Ich möchte den Booster da drauf haben. Okay, wenigstens haben wir ein bisschen was gelabelt. Wellenplatscher. Okay. Man kann's mal den Wellenplatscher probieren. Vielleicht ist da irgendwas dann besser dran. Hm. Mal ausprobieren. Oh, 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 der war hart. Der war echt hart. Jetzt muss ich leider meinen guten nehmen. Ja, toll. Ja, man kann dann nochmal... Ähm... Nehmen wir alle drei. Der hat mir echt meinen guten genommen hat. Traurig. Oh, ich kann nix machen. Bitte lass mich jetzt nur noch eine Energy-Karte kreieren. Eine noch. Der zieht mit 80 ab. Das ist unfair. Nein. Ich nehm lieber mal den. Nein. Alles weg. Pinguin. Pinguin. So, einmal das. Okay, fertig. Jetzt wird's echt schlecht. Wir verlieren. Hau mal den nur mal raus. Können wir nix machen. Agil. Der macht 80 und ich bin weg. Okay, bitte Energy. Okay, dann haben wir die da drauf. Vielleicht können wir's noch retten. Ah ja. 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 Wenn wir Glück haben. Okay. Könnte es vielleicht sogar noch was werden. Ah, das hab ich abgequert. Ah, das hab ich abgequert. Da braucht man Energy. Nehme ich gleich mit Agile. Hm. Der levelt schon wieder. Jawoll. Das ist echt Bombe, Mann. Echt toll. Jetzt kann ich den da auch noch schön hochleveln und den noch noch rauf. Der braucht nur zwei. Der braucht drei. Wenn ich Glück hab, Schafis. Machen wir's so. Dann haben wir zwei, zwei. Dann ist der gelevelt. Dann machen wir da noch mal Agile. Ha, abgewehrt. War wohl nix. Hey, 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 hey. Wir brauchen nur Energy-Karten. Agile, okay. Weiler, 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 schneller. Kunstrad. Naja. Ich glaub, der besiegt ihn, ja. Ah, wieder abgehört. Dann könnten wir's schaffen. Jawoll. So, nun mal. Den nehm ich mit. Dann mach ich nun mal Energy-Karten. Waren wir so. Den da mal da drauf. Das nehmen wir auch noch. Können wir nur welche mitnehmen. Lohnt sich zwar nicht, aber naja. Sicher ist sicher. Agile. Und. Warte, der ist schon wieder am leveln. Okidoki. Was haben wir da? Wasser. Energy. Da drauf. Nimm mal Energy. Ja, haben wir gar keine gekriegt. Oh. Agile. Geht nicht. Dann. Schauen wir mal. Ah, jetzt haben wir nur eine. Dann haben wir den auf vier. Wollen wir uns da auch noch mal Karte. Okay. Ja, kann funktionieren. Okay, wieder 30. Der 100. War mir noch vielleicht. Dann ist er weg. Abgehört. Okay, da noch eine drauf. Da noch eine mit. Dann nochmal Agile. Ja, weg ist er. Abgehört. War wohl nix. Geht dann mal da drauf. Dann nehmen wir nur mal eine mit. Was hat der? 70. Hm. Dann machen wir nur mal Agile. Dann hauen wir den da raus. Wechseln wir mal. Oh. Wir haben jetzt mehr Karten. Ja, jetzt mache ich aber, warte mal. So. Dann machen wir Rückzug. Dann mache ich den da rein. Dann machen wir da 80. Jawohl. Jetzt haben wir gewonnen, oder? Ja. Ja. Super. Tolle Runde. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und man sieht sie im nächsten Video bei Kaiserkommando. Haut rein und ciao. 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 Vielen Dank.